Guckt, wie die Könige arbeiten. Bisher war das ja alles Ehre und jetzt wollen wir mal gucken, ob die Könige auch richtig mit dem Spaten umgehen können. Es ist richtig schön freigemailt worden, also nicht so kompliziert wie die anderen Jahre. Das lag wahrscheinlich dran, weil man gehört hat, dass der Bürgermeister auch kommt. Also ein Kompliment nochmal an der Stadtgärtnerei. Oder war das ein Tief? Nein, so schön, dass es so lange nicht wäre. Das ist schön aufgeräumt. Das ist aber auch schon eigentlich da. Ja, herzlichen Dank. Aber es hat nicht geklappt. Die Zeit muss man ja jetzt hochkriegen. Und jetzt wollen wir nicht lange schnacken, jetzt wollen wir arbeiten, Spaten frei. Ich denke, wo der gute Baum hin soll, die Winterlinde, ist erkennbar. Erstmal ein schönes Loch buddeln, dann der Baum da rein und dann gibt es was Kleines zum Angießen. Und wenn das geschafft ist, danach wird dann das Schild gesetzt. Dann haben wir so einen Erdbohrer dabei. Und nochmal knapp die Lege hin. So, erste Anstehung würde ich sagen, Herr Kessler. Ich erinnere mich halt mal. Sie sind das ja gewohnt von früher. Wir wollen sie ja so ein bisschen wieder die alten. Ja, früher hat er ja die. Wir besser. Ja, früher hat er die Bauwirtschaftshof. Das muss ich gerade sagen hier. Nicht, dass ihr ins Baugleit freigegeben seid. Wie gesagt, da gibt es bestimmt eine Ente. So, reicht. Jetzt kommt der Nebzis. Ja, ja. Ich habe es ja an der Regenwinde ein bisschen aufgewollt. Ja, ja. Es war eben schon klar, dass das kam. Alex, du machst alles richtig. Du schießt da, wenn es sich auf. Das finde ich total super. Ja, ja, ja. Das ist immer nötig und gültig. Wir haben eine Zinsklar. Das war der Welttag, bitte, ne? Du bist eigentlich ganz groß. Alles gut. Oder wo ich noch ein zweites Loch mache? Ja, klar. Wo wir dich dann reinstecken. Bitte zumachen. Hallo. 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 Ah, perfekt. Fingere wieder sauber? Das ist ja an. Nein, gerne mal wieder auf. Ja, zieht mal. Ja, ich muss das mit meiner Schöne. Ja, passt schon. Kann man mich wieder nachfüllen. Ja, passt schon. Auf die Linde! Haben Sie gesiehen? Auf die Linde! Hast du jetzt einen Betonbüscher mitgebracht? Wo ist denn das Schild? Guck mal das Schild! Natürlich nicht! Danke, danke! Wer hat privat noch dienstlich? Nee! Erstmal reinsetzen, mal gucken, vielleicht passt es schon. Ja, jetzt setzen wir mal rein. Fühl mal ein! Das kannst du am besten, oder? Das kann jeder! Passt? Passt doch gut oder nicht? Ist okay! Ich komme doch nicht hoch! Wer nimmt den auf die Schulter? Du musst ja nur mal locker drauf... Reicht, reicht, reicht! Reicht, reicht, reicht! Das ist ein R8! Das ist ein R8! Ist das an der R8? Ja! So dick angezogen? Mitgefügt! Ja! Oh, Hasse! Da fällt schon die erste Jacke! Oberkörper frei! Nein! Ja, das ist richtig! Ich hab's ja gelacht! Jetzt muss aber nur in Tauben zahlen! Nein, nein, nein! Mein Name ist Gaus, ähm... Mein Zerker! Er ist ja da! Damit weitergedrehen! Kann man so noch mal geraden ziehen? Ja! Der ist in Berlin! Wir hatten schon in Berlin geplant! Aber schon bevor... Bevor du es geschafft hast... So! Das war so richtig... Ja, das ist ein bisschen viel, oder? Das ist Kälter! Bevor ich bin noch gerufen... Leute gehen noch mal zurück... Ja, so hätte ich das auch gemacht! Genau so! Auch nicht anders! So hätte ich das auch gemacht! So, ihr habt's geschafft! Können wir mal klatschen! Ja! аст hier! W거든요... Boah, boah! ...auf mal zurück! Tschinni! 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 stinky THERE! 近 piercing NORIGELIES PACH NORIGEL Canadaggent